Ich hab ein Albo für den Fazer. Okay, jetzt schiebt's keiner. NINJAS! Ach, die Ninjas, ja genau. Da war er, warte! Ah, aber ein bisschen schon. Ja, auch ein bisschen. At least something. Wenn diese Ninjas nicht immer spammen würden. Ich freue mich mal, dass ich... Oh, die töte mich! Ah! Ne, wir müssen erst mal auf der Stelle laufen, das müssen wir. Alter, es geht mit der Frau. Ich find's immer noch geil, dass sie das Ding in Stücke schneidet. Aber das Ding trotzdem weiterfährt. Ja, also Trägheit und so. Oder der andere. Hast du heute gesagt, ich bin träge? Ja, okay. The Flying Tango. Alter, er hat mir den Rücken geschlitzt, Junge. Ich hab nen Feuerball ins Besuch bekommen. Das ist keine Energie mehr. Also... Das mach mich schon mal bereit, dich gleich wieder zu belegen. Das Stein! Das Stein! Das Stein! Das Stein! Ich bin grad von dem... Ich bin grad vom Eim mit dem Dive Kick abgesprungen und in den anderen gedive kicked. Warte, ich brauch Steine. Meine Lebensversicherung. Okay, diesmal lassen wir auch nicht. Warte, 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 warte. Ich kann jetzt ins Feuer springen und dann mir lieb's nicht wieder ohne das Gegner da sind. Gute Idee. Oder ich kill mich, indem ich irgendwas irgendwo kriegen kann. Oder... Wir machen uns ganz simpel. Ja, da, ich bin. Los, überlebe ich wieder. Ha! Das ist mal was, ne? Stimmt, jetzt haben wir hier unsere Ruhe und du hast wieder mehr Health. Okay, das sollten wir öfter machen, wenn wir daumen sind. Eben. Beziehungsweise bei Low on Health. Wir kriegen ja bis zu 85 wieder. Nein, das... Ja, du... Schützlich! Jetzt hätte ich das ganze Let's Play ja noch. Nützlich! Oh, Steinkel! Ha! Wunderschön! Ha! Noch besser! Dive kick! Dive kick to the win! Spin to win, kid! Okay. Alter! War geplant! Ach so, okay. War geplant! I kicked your ass! Soll ich die auch noch oben bringen? Nah. Okay, man. Some kind of cheating. Yeah. MESSA! MESSA! Oh fuck! Das waren schon wie diese Frauen, ey! Aua! Du sollst den Scheiß hier nehmen, dankeschön! Na, ich hab nen Stuhl! Nimm mal aus! Scheiße! Auch den Scheiß zu klopfen! Das bringt uns nur um! Aber... Ich scheiß das nicht! Ich schmeiß' normal drauf! Ich scheiß' normal drauf, ja! Es bringt doch eh nix! Da kommt doch eh nix raus! Die... Die kleinen Gürmer sind bestimmt voll die Kohle! Ja, und tun voll weh, wenn sie uns treffen! Oh! Apropos Gürmer, hallo! Es geht! Es geht! Es geht! You know, skate! The game! Ah! Moment! Warte mal! Ich kann auf Leute einschlagen, wenn die am Boden sind! Das konnte du vorher auch schon! Nee, ich kann auf sie einschlagen, wenn sie am Boden sind! Ja, das kann ich aber auch nur als... Ich konnte ich dich vorher auch nur halt als leicht angreifen! Das kann ich auch nochmal als schwer angreifen! Ich konnte nicht auf Gegner einschlagen! Die kann das treten, wenn sie am Boden sind! Ja! Dieser Tiefschlag! Aber jetzt habe ich eine Fähigkeit, die mir das... In dein Gesicht schlag! Ja, das sieht das gleiche an! Besser! Ja! Ja! Media Combo! Wombo, 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 Wombo! Wombo, Wombo! S, Aro, S, U, 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 Wombo, Wombo, Wombo! Oh, ne, gleich kommen die Viecher ja wieder! Die... Die... alter warum auch immer ich gerade auf dich gegangen wo volle mühre aber friskameraden komm mal herr minion alle haben sogar zweimal feuer geschmissen da war ja was ich glaube das ist der beste plan oder sie einfach ins feuer werden zu lassen obwohl sie schon brennen ja die ironie es ist einfach geil genau ich komme nicht eigentlich wunderschön Meine Scheu. Was kriegt man, wenn man das schafft? Beziehungsweise sind die Türs jetzt kühlt. Ja, und das ist natürlich irgendwas Tolles. Nein, du bist schon wieder mit einem Feuerball. Ah, nein, du Ritter. Komm her, du Assi, komm wegzulaufen. Spring. Warte, wenn er gleich hier spielt, spiel, spring. Oder so. Ja, das kann man doch. Alter, wie weit haut der ab und wieso? Der Lin einfach nicht. Ah, nein, Jürgen, noch nicht. Alter, wenn der Liefkiss ist, dann spiel. Okay, Gott. Au. Oh, fuck, I see your problem. Okay. Pass mal auf, jetzt. Jetzt kommt er gar nicht auf. Ja. Das war so klar. Und jetzt spammt er sogar. Ja, jetzt. Ach, shit. Na, ist jetzt. Wir haben immer noch mehr Leben als vorhin. Ich hab hier die KI. Ich spiel die sogar. Ich spiel die... Ich hab die Hit-Acht-Acht-Acht-Acht-Acht-Acht-Acht-Acht-Acht. Okay. Das war doch hier gleich. Stimmt hier nach der Mauer. Du will need it. Stimmt, der Part war hier so lang. Ja. Die meisten fallen hier einfach rein. Das ist voll. Das ist gut. Auch wenn ich grad so gar nicht mehr hab. Außer Liebe. Nein, wie ist er? Du musst jetzt fettig gehen. Ah, jugglen, jugglen. Oh, egal. Das kann man nicht jugglen. Das ist zu fett. Das ist nicht hier zu hauen. Au. Hm, aber da... Nein! Ich bin von dem Kerl. Ich bin tot. Oh, komm. Das ist ein Ninja. Komm, 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 komm. Ich hab endlich Frisur gerichtet. Geil. Einmal Frisur riecht und alles cool Da war der Laden Stimmt, die ganzen Gröchen hier Die waren irgendwo scheiße Was war nochmal das coole? Das Gemüse, weil es Abwehr gegeben hat War das Ja, und die Shrimps, weil sie Schaden Und das da drunter war mega geil Weil es beides Ja, und ich glaube, das gebe ich mir jetzt auch Und den Rest Oh, das liefst du mir Amarsch 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 Shaka-laka Yes, no love Kannst du mir noch sonst früh kommen? Fünf Punkten Junge Ah Ja, komm hier einmal Ach, der ist noch Ah, let's look at my steps Äh Gart mal schlecht Ich habe ein ziemlich lauen Tempo Ja, mein Tempo ist inzwischen wieder auf 8 Das ist gut Abwehr 15 11 9 Jo Jo Es geht Nein, ich habe noch vorhin Ich bin noch nicht mehr Ah, der Tiefschlag Ach, der Tiefschlag Ah, endlich Hitting when on the ground Das heißt, ich kann jetzt mehr finishen und ein Level schneller Oh ja Ich will hier mit nach oben Hier ist noch mehr. Willst du noch mal mitkommen? Äh, ja, aber... Das bringt Geld nicht weiter, aber ich will noch mal gucken, wie das ist. Nur mehr Enemies und some shit. Hier sind die Ninja-Sprache. Das sind mal Prügel. Geht nicht. Ich sag's nur, hier kriegen wir mehr Gegner und die kriegen wir uns aufs Maul. Okay, scheiße aufs Maul. Größere Gefahr, dass wir Energie und Leben verlieren. Ja. Dass wir Energie und Liebe verlieren. Hä? 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 Äh, ich darf das sagen. Ah, da da! Scheiße! Wir sind's entkommen. Okay, more important. Piggies. Ah, ich will dir erstmal triggern. Ah, da da! Ja, ich hab zwei erwischt. Sehr gut. Sehr gut. Gellet. Ja, die... Ja, die... Die müssen so viel. Ja, die bringen irgendwie gar nichts, aber es ist eine gute Shortcut. Hm. Ach ja. Ja. Ninjas are truly outrageous. No. Knee to the face. Shit. No. Shit. ... Juggle to the death. Spiel Bock dabei echt. Ja, das ist so Laune, ey. Also für so... Wenn ihr ein paar... Ich bin drüber gesprungen. Vom her so... Halt doch, schnitt mir halt erst ein Kollege vor. Auch kein Problem mit. Alter, was hast du mit dem getan? Wo kommt der? Ah, die sind wir nicht über gesprungen. Ich weiß nicht. Ich hab ihn, glaube ich, to the moon gedive kicked. Ich hab zwar keine Ahnung, wie das physikalisch müßlich sein soll, aber egal. Oh fuck. Aua. It burned. Wow. Voll verbraucht. Aber die fette Frau beratet von mir, das ist uncool. Ich hab rettet, 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 ich hab rettet. Das ist gesund, dann müsst du nicht so... Ja, ich glaube, ich sehe mich hier gerade mit überwiegend allem an. Weil die fette Frau auch irgendwie nur den Boden stechen will, aber nicht mich. Au. Ah, ah. Ich hau dein Knie, ich hau dein Knie. TKO durch Knieschlag. Das gab's auch noch nicht. Ah, ah. Juhu. Juhu. Wann war hier nicht gleich irgendwo die zweite Shortcut? Ja. Ah, das ist auch einfach nicht. Ne, warte mal. Jetzt sind wir schon an der anderen Shortcut. Warte mal. Nein. Das ist hier an einer. Ich hab's toll gemacht. Wow. Das ist voll geil. Das ist ja eine Leute in der Luft. Ich hab's toll gemacht. Ich hab's ja mal was. Ich hab's ja mal wie Mashed Kartoffeln. auch gut Maybe if I jump into the flame Ach da, guck mal da hat sich einer verkrochen Komm da nicht vorbei Oh du bist über, komm Ja was? Nein, ein bisschen weiter Tschüss Moment, ich bleibe unten Yes Yes Nachfall Butfuck Kann man irgendwo schwer sehen, wo die sind Mhm Okay, Moment, das funktioniert auch nicht Aber so Ah, über Geld Ich tue ich, ey Ja, raf alles ab Was, ich brauche mehr als du Auch wieder wahr Letztes Musik, ich höre hier gar nichts Das hat vorhin so Ah, Krieg Ah Okay, zwar Über Modus ist ja sowieso egal Ist sowieso ja gleich weg Aber es macht Spaß Eben Spaß Hm, okay Gut, damit den Rest müssen wir jetzt zurechtkommen Irgendwie Komm, das wird was Ramonas Hinterhof Oh, fuck Hey, Katze Höse Ex Echt Aus dass dieses Manneswein würde sich das jetzt noch wundern bei hier naja, siegt in die Hosen Alter Sorry Sorry was necessary Lass mich einfach kdiren Kämpfe einfach weiter Ich würde gerne Sie lässt mich ja nicht mal Ich würde gerne es ist aber ja kunden zu den kunden zu dem schiff alter frau dreh nicht durch die lässt uns nicht wieder belegen ich würde das eben ja okay ich kann eh nichts machen ich komme ja nicht mal zum drive kick also die lässt mich ja nicht mal ran ich kann gar nichts jetzt war ich damit okay weiß gar nicht wo ich bin shadow Die schwingt einfach mir an den Kopf. Ich kann nichts machen. Kannst du die Kondom oder so? Ich kann gar nichts machen. Die schlägt sogar nach hinten. Okay. Jetzt ist die Jura. Du hast noch eine Jura. Scheiße. Du bist ja hinter mir. Aber du bist noch am... Ich bin hier. Konzentriere dich aufs Kämpfen. Hau hier lieber Schaden rein. Ja, ich komme in den Kondom. Ja, du bist eh tot. Vielleicht kriegst du die. Und wahrscheinlich schon noch kann ich. Nein, dann kommt der Nindons fern. Komm, die machst du jetzt solo. Solo-Cue. Ich werde zwar dabgegangt, aber... Dam, 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 dam. Das kannst du dir nicht in Leben klauen oder so? Ich dachte, wir waren nicht so über uns. Nee. Wird's noch drauf? Ich kacke hier rum, Gammel, ey. Ja, irgendwo. Ah, das ist... Freak'n hängst du so auf dich. Ich weiß gar nicht, das könnte ich... ...just like you. Ich leb noch. Noch. Ich kann gar nichts machen. Die... Die fickt mich gerade. An sich ist ja gar nicht mal so verkehrt, aber... Die ist knifflig, die Frau. Der eine Laden an sich ist ja ganz geil hier. Ja, da können wir uns weiter... Da fress' ich mich gleich wieder voll. Da fress' ich mich wieder voll. Yakitoru. Ninja-Braut. Was hat die überhaupt für Probleme? Ein Moment. Sie hat Probleme mit ihrem Baumschrank. Ich merke was schon. Ha! Autsch. Aber ich hab' ich dir beim ersten Mal gekippt. Stand up for the time, for the time, for the time, and turn up. Dive kick. Dive kick. Das ist genau so. Bro, ey. Ups. Mixter Pile für einmal Junge. Äh. Was geht? Oh, ist mir gerade ein bisschen zu Wind. Ich hab' nicht um den Kopf rum. Ach so. Ich hab' noch einen Ton. Du wirst hier grad vermoppt in der Zeit. Come on. Come on. Heißt auch Geld. Wow, so'n... Der macht sogar doppelten Schaden dann. Wow. Mit der Combo. Scheiße, was haben wir mit dem gemacht, ey? Ich hab' keine Ahnung. Gangrape. Gangrape. Oh. Scheiße, ich bin wieder. Okay. Knie. Klappstock, 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 Klappstock. Stress, Klappstock. Ich bin noch nicht mal. Okay. Au. Au. Ich muss ja beide weggeschleudert. Wie unkürt. Fuck, ich hab' das gemacht zum Scheiß. Was? Warum bin ich schon wieder tot, ey? Ich trau' dir nicht, Junge. Greif mich an und du bist des Todes. Ich kann nen Doppelsprung. Double jump. Toll. twelve.